So sieht es in einem typischen Tee-Shop in Myanmar aus. Hier kriegst du leckere Salate, Tee, soviel du willst, Kaltgetränke, Fruchtshakes. Lass dich von dem Äußeren nicht abschrecken. Soviel, bis zum nächsten Mal. Also dass man hier im Süden von Myanmar ein frisch gezapftes Bier im Biergarten trinken kann, finde ich echt klasse, darauf trinken wir einen, cheers! Ja, wir sind hier wieder lecker am Essen hier in Myanmar und zwar gibt es nicht mehr das typische Palata, heißt das. Sehr lecker, also ein frittierter Fladen gefüllt mit Gemüse, besonders typische Schapati, mit diversen Beilagen und Reissalat mit Teeblättern. Was natürlich wieder nicht fehlen darf, das Beste, Knoblauch und Chilis, passt einfach immer. Also wir sitzen jetzt in einem typischen Teeshop in Myanmar und hier kriegst du neben unendlich viel Tee, also du kannst immer weiter nachschenken, kriegst du hier auch mega leckere Salate, Fruchtshakes, sehen es ja manchmal vielleicht nicht ganz so einladend aus, aber probier es einfach mal aus, also mega lecker. Wir haben uns für den Myanmar-typischen Salat aus fermentierten grünen Teeblättern entschieden, Lammfetttopo, so ähnlich heißt der, und einen Ingwer-Salat. Hier werden auch immer kleine Chilis und Knoblauch gereicht. Auch mega gut. Und für den Knoblauch. Bis zum nächsten Mal. Stefan Vorschläge U Rei Ui 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 U Ui U U Also zum Thema Essen in Myanmar. Wir waren total begeistert, unerwarteterweise. Wir hätten das so wirklich nicht erwartet, aber es war super gut und für mich als Vegetarierin war es außerdem total easy leckeres und abwechslungsreiches Essen zu finden. Also top! Ja und auch von den Kosten her, beim Essen ist Myanmar echt unübertroffen bis jetzt. Also mega günstig. Wir haben selten mehr wie 5 Euro zusammen bezahlt für leckere Gerichte mit Getränken dabei und von daher Myanmar auf unserer kulinarischen Weltkarte ganz ganz weit oben. Oh ja. Und super günstiges und leckeres Bier, was natürlich nicht fehlen darf. Sehr wichtig zu erwähnen. Okay macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.